Herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Es gab hier kleine Probleme, beim ersten Mal ging es nicht, aber jetzt sollte es funktionieren, die Übertragung. Also gut, dann schauen wir doch gleich mal, was der DAX heute schon gemacht hat und was er machen könnte. Also auf die DAX-Liste zu sprechen, ja die RWE, die E.ON, die am Anfang der Woche sehr gut performt haben, liegen heute im unteren Feld oder ganz unten und eine Allianz, die eigentlich nie und nicht wirklich angesprungen ist, konnte heute die Spitze erklimmen, 2,5 Prozent, auch eine Henkel und eine Commerzbank. So, gerade eben war auch schon der Stundenchart offen. Der DAX hat heute wieder ein Gap gerissen. Dank eben Japan, da konnte der Nikkei um 500, 600 Punkte zulegen über die Nacht und dadurch sind die schlechten Amazon-Zahlen in Vergessenheit geraten von den Future-Kursen her. Deswegen, der DAO-Future steht über ein Prozent im Plus und auch der Nasdaq-Future, aber der Future würde ja bei mir sehen, weil es um 22.15 Uhr wird da, beziehungsweise um 0 Uhr dann Schlussstrich gezogen. Und da sehe ich jetzt nicht ganz genau, wie der Kurs zum 22 Uhr Bild da ist, aber ich glaube, hier dürfte der Future jetzt 10, 15 Punkte über dem Schlusskurs dann sein. Also nicht so deutlich, weil halt natürlich noch die Amazon-Zahlen schwer wiegen. Aber jetzt zurück zum DAX. Hier konnte er sich jetzt wieder den, über die Unterkante, Oberkante des Rainbows schieben. Und ja, wer jetzt hier kurzfristig unterwegs ist, könnte hier noch einen Long-Trade wagen. Abwärtstrend ist hier der kurzfristige auch gebrochen, da eben allerdings aber bis Mitte der Woche es im Prinzip die ganzen Setups so gut wie aufgingen. Und zwar natürlich nicht am Höchstkurs ausgestiegen worden ist, aber ich lasse mir da jetzt heute hier die Woche, indem jetzt hier vielleicht eventuell noch ein Verlust-Trade dann stattfinden, nicht verderben. Und werde hier jetzt nicht groß mehr einsteigen, weil im Prinzip, wenn wir nachher hier auf den Dow Jones, dann schauen wir doch gleich auf den Dow Jones, der konnte sich jetzt hier, der Future, steht zwar nahe im Wochenhoch, allerdings hier, wo ist der Long, sind wir hier ausgestiegen. Und zwischenzeitlich sah es hier aus, beziehungsweise sah hier definitiv aus. Ein komisches Zeug, also wirklich schwer zu erfassen. Und erst eben wieder hier mit dem heutigen Tag, beziehungsweise heute Nacht, konnte es er sich auch über den EMA 200 wieder schieben und steht halt jetzt dann auf Wochenhoch. Aber auch hier sind die Muster im Prinzip nicht eindeutig, aber klarer als im DAX. Also hier sieht es im Prinzip noch wirklich so aus, dass er, ja, noch dann hier im Future etwa rund 100 Punkte noch ansteigen könnte. Und dann sollte aber hier womöglich dann Schluss sein. Und beim DAX sieht man, dass er definitiv nicht an den Wochenhochs ist, also der ist wirklich schwach und konnte sich halt hier nur kurzfristig über die 9.850 lösen. Deshalb würde ich jetzt, schauen wir noch mal kurz auch den Chart, den DAX im Tageschart an. Also hier ist jetzt auch von den Kerzenformationen, ja, Intraday kann man sicherlich einen Long noch spielen, aber vom Tageschart aus sieht das definitiv nicht gut aus. Und der Wochenchart, ja, im Prinzip könnte sich hier ein Doji noch bilden. Also nicht wirklich was Berauschendes zu den anderen Setups. Zu Silber, die ist, der Silber, der Silberpreis ist wieder zu der Ausbruchsmarke zurückgekommen. Sollte sich jetzt auf jeden Fall definitiv hier kein Schlusskurs unter, ja, 14, 15 ergeben, dann wird das Bild, also von dem Trend Indikator Rainbow definitiv negativ werden und auch die Muster würden, geben an sich jetzt nicht mehr ganz so viel her, dass es hier eine komplette Impulsbewegung wird, aber einen zweiten Up Move könnte sich noch ergeben und dann womöglich nochmal ein Tief. Aber solange sich jetzt hier, ist es jetzt im Prinzip Trend bestätigen, das ist meiner Long auch im Tageschart. Pfund gegen US-Dollar, konnte heute nochmal ein kleines Hoch, hier wurde gestern verkauft, knapp bei 1,44. Sonst sind hier auch die Bewegungen, deuten eher darauf hin, dass man nochmal ein Tief sehen wird, aber darauf jetzt traden würde ich jetzt persönlich auch nicht, sondern eher wieder einen unteren Umkehrpunkt suchen oder eine Ausbruchsszenarie. Zu E.ON, die sind heute ja ein bisschen schwach, haben zwar noch ein neues Hoch gemacht und hier, ja, ganz kurzfristig, wer hier knapp über der neuen Euromark eingestiegen ist, liegt 5-6% vorne. Kann man theoretisch auch mal kurz aussteigen und noch einen tieferen Rücklauf, dann nochmal vielleicht eine Long-Position spielen, aber ich habe ja gestern erwähnt, hier bleibe ich Long und sollte den Markt, den DAX, outperformen können die nächsten Tage oder Wochen, so lange er halt in den Stopp, nicht den Stopp reißen sollte. Deutsche Bank kann auch heute jetzt nichts Besonderes machen, Buy-Marke nicht erreicht und sonstige Setups, ein Setup, das war nicht ganz ein Setup, was ich halt direkt hier komplett vorgestellt habe, sondern nur, dass hier die Euro gegenüber Yen, sollte definitiv hier die 1,26er Marke verteidigen. Das hat er dann auch souverän gemacht und kommt jetzt heute hier an die Abwärtstrendlinie hin. Also gegen wer das jetzt auch gespielt hat, war jetzt nicht von mir ganz präferiert, aber jedenfalls, solange das überhalb dieser Marke ist, ein Retest dieser Abwärtstrendlinie, also die erfolgte dann auch und mehr wird es höchstwahrscheinlich auch daraus jetzt erstmal nicht werden. Ein Rücklauf, vielleicht wieder an die 1,30er Marke und dann könnte es vielleicht dann hier durchgehen, aber solange jetzt hier die Abwärtstrendlinie nicht gebrochen wird, kann es auch wieder Richtung 128 gehen. So, ich bin mal gespannt, ob ich nachher noch was finde, aber wie gesagt, die Woche war sehr erfolgreich, die Wochenendarbeit hat sich da definitiv ausbezahlt und unter der Woche war dann eben ab Mittwoch nicht mehr keine klaren Strukturen da, weil halt sehr viele Quartalszahlen und andere Termine veröffentlicht worden sind. Danke fürs Zuhören und bis später.